Mein Name ist Werner Koch. Ich habe vor 45 Jahren als Ein-Mann-Betrieb die Firma gegründet. In den 70er Jahren habe ich sehr schnell festgestellt, dass es noch eine große Lüge gibt in der Kunststoffverarbeitung und diese Lüge, darauf bin ich zugegangen und habe versucht, diese zu schließen. Im Dosieren, Mischen, Fördern hatte ich als Pionier meine ersten Erfolge gehabt. Seit 2018 werde ich von meinem Sohn Alex in der Geschäftsleitung unterstützt. Mein Name ist Alex Koch, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Werner Koch Maschinentechnik GmbH. Wir sind Ihr Spezialist im Bereich Mischen, Dosieren, Fördern und Trocknen von Kunststoffbrandladen. Mein Name ist Alexander Mieling. Ich bin Brokerist bei der Firma Werner Koch Maschinentechnik und leite den internationalen Vertrieb. Mittlerweile haben wir fast 200 Mitarbeiter bei uns in Deutschland beschäftigt und weitere 100 Mitarbeiter an unseren Standorten im Ausland. Somit sind wir auch international sehr gut aufgestellt. Das Konstruktionsbüro ist das Herzstück unseres Unternehmens. Die Erfolge sind der Grundstein der Firma. Zum großen Erfolg der Firma Werner Koch Maschinentechnik gehören natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In unseren Vertriebs- und Projektierungsabteilungen erstellen wir kundenspezifische Angebote genau nach ihren Bedürfnissen. Seit über 40 Jahren produzieren wir unsere bewährten Kochtrocken-Lufttrockner. Unsere Produktionsstätte in Göpprichen verfügt dabei über eine Fläche von über 4000 Quadratmetern. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch in Zukunft wollen wir für unsere Kunden ein innovativer und zuverlässiger Partner sein. Wir blicken positiv in die Zukunft und werden unsere großen Pläne und Visionen in den nächsten Jahren umsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020